Mai und Juni, das sind die Hochzeitsmonate schlechthin. Laut einer Facebook-Umfrage vom Hochzeitsportal 24.de haben im Jahr 2019 ca. 50% der Paare im Mai und Juni geheiratet. Man könnte auch sagen, es sind die Monate des Jahres zueinander. Ein Jahr, welches die Liebe füreinander zum Ausdruck bringt. Ein Jahr, das davon spricht, dass man sich dem Anderen in Treue und Verlässigkeit zuwendet und um das Wohl des Anderen bemüht ist. Es ist ein Jahr zu einer besonderen Beziehung. Und dieses Jahr ist dabei nur der Anfang der Ehe. Es ist nicht das Ende. Es ist wie ein Startschuss in die Ehe. Und mit diesem Jahr beginnt ein neuer Abschnitt der Umsetzung des Einhaltens dieses Versprechens. Es geht darum, die Beziehung zu pflegen, sie zu intensivieren. Das kennt man. Das kennt man nicht nur aus einer Ehe, sondern auch aus Freundschaften im Allgemeinen. Und letztendlich aus jeder anderen Form der Beziehung. Denn all diese Beziehungen bedürfen ein Dranbleiben. Ein Dranbleiben, das nicht nur an guten Tagen, sondern auch dann, wenn Beziehung nicht so leicht von der Hand geht, feststeht. Eben ein Jahr. Und so ein Jahr, das ist ein Grund zum Feiern. Es ist der Qualität von Beziehungen bewusst zu werden. In der Bibel, im Psalm 145, klingt es wie so eine Feier. Eine Feier von Gottes Ja zu den Menschen. David feiert die Beziehung zu Gott und Gottes Ja zu den Menschen in diesem Psalm. Ich lese ihn aus dem Psalm 145. Ein Lobgesang von David. Eine Generation rühmt der Nächsten dein Werk und erzählt von deinen gewaltigen Taten. Die herrliche Pracht deiner Majestät und deine Wundertaten will ich bedenken. Von der Macht deiner furchtbaren Taten soll man sprechen und ich will erzählen, was für ein großer Gott du bist. Die Erinnerung an deine große Güte sprudelt heraus. Sie jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Gnädig und barmherziges Jahwe, voller Güte und langsam zum Zorn. Jahwe ist zu allen gut. Über seine Geschöpfe erbarmt er sich. Es loben dich, Jahwe, alle deine Werke und deine Treuen preisen dich. Sie sprechen vom Glanz deines Reiches. Sie reden von deiner Macht, damit die Menschen von deinen Großtaten hören und von der Herrlichkeit deiner Regierung. Dein Reich ist ja ein Reich aller Zeiten und deine Herrschaft hört niemals auf. Jahwe ist verlässlich in allem, was er sagt und gnädig in allem, was er tut. Jahwe hält die Hingefallenen fest und alle Gestürzten richtet er auf. Alle blicken voll Hoffnung auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand und alles, was lebt, wird durch dich satt. Jahwe ist in allem Handeln gerecht und voller Güte in allem, was er tut. Jahwe ist allen nah, die zu ihm rufen, alle, die dabei aufrichtig sind. Die Bitten derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er hört ihr schreien und hilft. Alle, die ihn lieben, behütet Jahwe, doch alle, die ihn missachten, vernichtet er. Mein Mund soll Jahwes Ruhm verkünden und alles, was lebt, lobt seinen heiligen Namen. Für immer und für alle Zeit. So der Psalm 145 aus der Bibel. Was für ein Liebeslied. Eine wirkliche Feier. David besingt Gottes Größe. Ausschweifend, in bunten Worten, sich überschlagend, preist er Gott und das, was er getan hat. Die Wiederholungen dieser Worte machen deutlich, Gottes Größe lässt sich eigentlich nicht in Worte fassen. Sie übersteigt Verstand und Herz. Ja, der Mund quillt über von dem, was in seinem Herzen ist, was sein Herz bewegt. Obwohl Gott so groß ist, viel höher steht als alle Menschen, findet seine Größe Ausdruck. Gottes Größe drückt sich nicht aus in Willkür, sondern in fürsorglicher Liebe. So beschreibt es David hier. Und diese Liebe ist erlebbar. Ganz praktisch. Gottes Taten sind keine Taten jenseits des Erlebens von Menschen. David hatte Gottes Eingreifen in seinem Leben erlebt. Er hatte erlebt, wie Gott ihm in schwierigen Situationen beistand, ihm Weisheit und Kraft verlieh. Er hatte erlebt, wie er ganz praktisch versorgt wurde. David erlebte aber auch sein persönliches Scheitern, seine Schuld und wie Gott darauf reagierte. Gott kehrte nicht unter den Teppich. Nein, David musste die Konsequenzen seines Handelns tragen. Und doch erlebte er, dass Gott ihn nicht verstößt. Gott vergab ihm. Gott vergibt auch heute. Ja, Gott richtete David wieder auf. Die Beziehung blieb bestehen. Ja, sie bekommt eine neue Tiefe. Gottes Ja zu David gilt. Das bleibt. Gerade da zeigt sich Gottes Größe. In dem Ja, das bleibt. Hast du Spuren von Gottes Handeln in deinem Leben erlebt? Hast du erlebt, dass du beschenkt, bewahrt oder versorgt wurdest? Ich erlebe gerade in diesen Tagen neu, dass vieles, was für mich selbstverständlich war, im Grunde ein Geschenk ist. Ich bin beschenkt mit Menschen. Mit Menschen, mit Menschen, in denen ich auch jetzt über Telefon, Mail oder Videoanrufe in Kontakt bleiben kann. Ich bin beschenkt mit Gesundheit. Ja, und ich bin beschenkt mit Freiheit, meinen Glauben zu leben, auch dann, wenn ich die körperliche Begegnung, die körperliche Gemeinschaft im Gottesdienst mit anderen im Augenblick nicht habe. Ja, ich habe die Freiheit, meinen Glauben zu leben und Glauben zu teilen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist ein Grund zum Danken. In diesem Ganzen erlebe ich Gottes Ja zu mir, erlebe ich Gottes Ja zu den Menschen. Für mich findet in gerade dem Gottes Ja seinen Ausdruck. In meinem Alltag. Wie ist das bei Ihnen, bei dir? Erlebst du gerade in diesen Tagen Gottes Ausdruck von seinem Ja in deinem Leben? Jetzt nach Ostern ist es vielleicht noch so deutlich wie in sonst kaum einem anderen Zeitraum im Jahr. Gottes Ja gilt. In Jesus bekommt Gottes Ja zu den Menschen, zu dir und mir Gestalt. In Jesus wird Gottes Handeln, Gottes Lieben, Gottes Trösten, Gottes Heilen, Gottes Vergeben deutlich. Aber auch seine Macht und seine Größe und Herrlichkeit zeigt sich im Leben, im Sterben und Auferstehen in Jesus in besonderer Art und Weise. Wann hast du diese Größe Gottes das letzte Mal bewusst gefeiert, sie vielleicht in Worte gefasst? Psalmen, das sind Lieder. Lieder, die ein Ausdruck der Herzenssituation sind. Und so gibt es neben fröhlichen Lobpreisliedern auch traurige Lieder. Lieder, die Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Ja, Wut. Auch das darf es sein. Psalmen sind eben Herzensausdrücke. Wie steht es gerade um dein Herz? Feierst du Gottes Größe, weil du sie in deinem Leben erlebst? Ist dein Herz voller Fragen, weil Situationen, Gedanken und Sorgen dich überwältigen? Nutze diese Tage doch, um deinen persönlichen Psalm zu schreiben. Ein Lied deines Herzens, ein Lied deines Herzens nur für dich und Gott. Bring das, was dich bewegt, zum Ausdruck. Dabei geht es nicht um einen perfekten Schreibstil, sondern um dein Herz. Es kann sein, dass du beim Schreiben erlebst, wie dein Herz sich erinnert an das, was du Gutes mit Gott erlebt hast. Vielleicht erinnerst du dich und bekommst so neue Dankbarkeit für das, was Gott in deinem Leben getan hat. Wie er dir treu zur Seite steht. Wie sein Ja zu deinem Leben gilt. Es kann aber auch sein, dass du neins Nachdenken kommst über dein persönliches Scheitern, deine Schuld. Dann darfst du wissen, Gott ist treu. Er vergibt. Ja, David hatte es erlebt und Gott spricht uns das immer wieder zu. Dass seine Vergebung gilt. Dass sein Ja gilt. Und dass Schuld mit Jesus kein Problem mehr ist. Sondern dass Jesus die Möglichkeit gegeben hat, dass Schuld vergeben werden kann. Gottes Ja zu dir, zu uns, zu seinen Geschöpfen steht. Das können wir feiern. Und auch, aber eben nicht nur jetzt in dieser Zeit. Und dann in den Hochzeitsmonaten Mai und Juni. Tschüss. ї-